Hallo liebe Freunde und recht herzlich willkommen wieder mal zu einer Folge Minecraft Server Let's Play, das es irgendwie schon lange nicht mehr gab. Es gab da tatsächlich in der Vergangenheit ein paar bisschen Probleme und ja, ihr seht, ich bin nicht alleine. Und da war es der Good Holy Diver und ja, da kann ich es ganz mal selbst vorstellen. Hallo. Volle Vorstellung, ich weiß. Hallo. Hi. Nee, Spaß. Für die Zuschauer von BlacksDiP, ich bin der Holy Diver. Könnt mich ruhig Holy nennen, aber bitte nicht Driver oder Diver. Ich mache genauso viele gute BlacksDiP YouTube, seit schon gefühlten 8 Jahren. Wenn ihr wissen wollt, wo ich noch herkomme und wie alt ich bin, ich komme aus den schönen Bayern und bin 32 Jahre alt und ja, bin befreundet mit den guten BlacksDiP schon ein paar Jahre. Richtig. So, mehr braucht ihr nicht wissen. Ansonsten unter die Kommentare schreiben und fragen. Richtig. Und wehe, ich werde nicht verlinkt, ich sag's dir. Ja, das mache ich so oder so. Ist doch Ernstache. Ja, dann zeig mal, was neu ist hier auf dem Lande BlacksDiP. So. So. Ah, wir haben, ich habe erst alleine hier angefangen zu bauen, jetzt sind wir zu zweit. Wir haben jetzt einiges angefangen, vergrößert und geben. Also das ist das Anfangshäuschen, was ich angefangen habe. Der Holy ist dann später dazu gekommen und haben jetzt auch die Farm wurde, die Farm vor den Schafen nach unten verlegt. Das wurde vergrößert. Ihr seht, die Kürbisse sind dazugekommen und einiges. Und dann hier hinten die Felder, die man eben im Stream gesehen hat, wie ich sie dann hochgezogen habe. Und jetzt sind wir da hinten dran. Ein neues Haus bauen, bisschen größer. Ein neues Haus bauen und dann hier wird da noch ein Gewächshaus gekommen. Es sind ein paar Melonenfelder und natürlich die Mine, die wir hier da unten haben. Was soll ich wieder abgeblieben? Ja, im Moment. Ich glaube, bei uns sind die Hühner schon wieder so viel, dass sie wieder rausgletschen. Ja, ja, das ist furchtbar. Na ja. Dann jetzt hier in die Mine runter. Ja, mein kleines Problem. Ja, das Schiennetz ist am Arsch. Wie kann das jetzt passieren? Hä? Durch das Gewächshaus wahrscheinlich. Meinst du? Ja, das ist glaube ich unterhalb des Gewächshauses, oder? Ich wüsste jetzt nicht. Könnte das sein? Warte mal, ich habe doch Erde dabei. Ich stopfe mal das Loch zu. Ja, mach mal zu. Ist das komisch. Aber weggespielt wurde komischerweise nichts von den Schienen. Nichts? Nur die Fackeln, glaube ich. Ja, warte mal, ich mache mal so. Ich glaube, die Fackeln mussten... Nein? Nein, doch, hier unten wurden sie weggespült. Hier, alle. Also nicht fast alle, aber viele. So, Wasser ist weg. Ja, hier unten muss man reparieren. Ich habe keine Schienen dabei. Wo sind die überhaupt? Die sind wahrscheinlich alles schon despawned. Toll. Äh, erstmal einen Reparatureinsatz machen. Ja, hier auch. Das ist ja komplett... Ja, ich muss ein paar Schienen holen. Äh. Warum laufe ich immer noch ums Haus, obwohl ich hinten rein könnte? Hallo, Spinnen. Ich könnte dir fehlen, die Stelle rauszukutten aus dem... Nee, 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 nee. Fehler dürfen auch mal manchmal sein. Das zeigt der Spieler nur, dass man mal scheiße machen kann. Äh, wo sind die Schienen jetzt nochmal? Ach, hier oben. Ach, hier oben. Ich habe ja noch genug auf Vorrat. So, ähm, da, 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 da. Hallo, Spinne. Warum laufe ich wieder ums Gebäude, obwohl ich hinten lege? Ja, kennst du ein paar. Das wäre super. Äh, wie habe ich das jetzt wieder gemacht? Ja, hier so. Gut, das passt. Jetzt machen wir hier die Appellator noch fertig. Äh, nein, hier habe ich auch anders. Stimmt. Das ging es ja nicht. So, gut. Dann habe ich das Tor erledigt. Äh, kann ja mal passieren. So, wo ist die Lore? Ist die unten? Äh, die habe ich im Winter. Also, wieder raussetzen ist gut. Ah ja. Bär schön wieder. Moment, ich verschieße meine restlichen Falle, die ich gefunden habe. Hallo? Hallo? Diese bescheuerten Hintenmarker hier. Hahaha. Alter, es sind wirklich so viele, dass sie wieder rausglitschen. Warte, jetzt renne ich mal kurz kurz durch. Ja, die glitschen richtig in den Zaun rein sogar. Was für ein Trunkelglitscher. Bei den Schafen passiert das lustigerweise nicht. Nur bei den Hühnern. Also, ich würde auch keine neuen Hühner machen. Ich würde die da lassen, wo es liegt. Ja, es sind eh noch genug kleine da. Und dann immer wieder mal welche, wenn man Fleisch braucht, kaputt machen und sonst. Okay, jetzt aber mit Schmack ist wieder runter. Ja, genau. Jetzt kannst du mal runter. Kannst du reinhüpfen? Kann ich mit? Nein, geht nicht. Schade, geht nur bei den Booten. Genau. Schade, das müssen sie auch mal machen. Schickst du ihn wieder hoch? Ja, da kommt es wieder. So, da gehe ich wieder runter. Zack. Huiiii. Huhn. Jetzt haben wir einen Huhn hier unten. Ein Höhlenhuhn. Ja. Dann gehen wir hier weiter. Da gehe ich mal vor. Huiiii. Das sind jetzt die Mienen, die wir gebaut haben. Oder die gibt gerade das Schienensystem, weil man ist ein bisschen schneller als normal. Oh, das geht hier nicht. Sehe ich gerade. Zu windig Energie. Ne, ich kann es nicht hochschicken hier. Müsstest du runterkommen. Das müsste ich nochmal verbessern. Merke ich gerade. Ja, komisch, weil es schafft die Leute, die eine Leute dann nicht mehr nach oben. Ja, genau. Die schafft es nicht hoch. Ich muss dann auch noch eine andere Schiene hinbauen, dann merke ich gerade. Ist gut zu wissen. Habt man es gesehen. Ah, nicht auf den Knopf. Scheiße. Höhlenhühner. Wie der Fleisch ausschmeckt wird. Höhlen gereift. Geh auf die Welt. Du bist ein kleiner besser. Ja, genau. Lach nicht so frech. Ne, ich komme echt nicht hoch damit. Lustigerweise. Muss ich das mal noch ändern hier. So. Huiiii. Wo geht es dann so wieder. Das klappt. Soll ich dir die Lode drunter schicken? Ja, mache ich jetzt. Ja, ich bin doch schon oben. Na toll. Ich gehe wieder runter. Kannst du gerne noch hochfahren. Ja, der muss nach hinten. Da müssen wir nach. Hier waren wir noch nicht. Ne? Wo ist denn die Lode abgeblieben? Ach, die ist unten. Ist das die, die du noch mit hattest? Ja, ja. Dann setz die mal runter. Ah, da drauf. Ja, schon drauf. Die ist da unten. Die kommt bloß nicht mehr hoch, weil da ein Geschwindigkeitsding fehlt. Siehst du? Ja, stimmt. Ach, du bist nicht ganz hinten. Jetzt soll das gehen. Ach, jetzt geht es auf einmal wieder, wa? Ja. Kannst du mich so runter schicken? Ich mache jetzt mal die Strecke. Habe ich die schon? Nein. Die habe ich noch nicht. Ich habe eine ganz lange Tone gemacht. Das hier. Huiiii. Ich mache gerade nur Scheiße. Du bist es. Ich habe eine ganze Zeit. Siehst du einfach nicht? Ich habe es noch nie, снимern. Ich kann nicht mehr. Ich habe es noch nie. Ich bin wach. Das hier war nicht mehr. Was ich noch nicht mehr? Ich bin hier. Ja, bei uns läuft es, kann man sagen. So. Wo bist du dran? Unten im Lager? Ja, ich sortiere gerade ein bisschen ein. Ich gucke auch keinmal wieder. Gibt es da noch was zum... Ja, das ist... Die können hier hin. Die Blöcke da. Warum hast du Knochenmehl hier drin? Und weiße Wolle. Knochenmehl kommt hier hin. Zum Mobzeug. Ähm... Wo können wir die weiße Wolle hinschmeißen? Ich schmeiße mal in die Kiste. Da gibt es eine Kiste, glaube ich, mit Tierloot, oder? Nee, nur Monsterloot. Nee, Tierloot. Doch, hier. Ich sehe sie gerade, die hast du noch herangemacht. Okay, gut zu wissen. Dann haue ich die da rein. Passt. Da haben wir auch noch... Ich habe einen Sattel. Ich habe ganz vergessen, dass ich einen Sattel habe. Okay. Ja, ein Sattel. Wahnsinn. Wahnsinnig. Noch was? Ich habe so viele Banner von denen. Oh, hier ist noch ein verzaubertes Buch mit Arzmo. Okay. Das ist gut. Ah, hier ist noch Eisen, das du geschmolzen hast. Schmeißen wir da hin. Da ist Zuckerrohr. Was macht Zuckerrohr hier drin? Das gehört zur Nahrung. Ich habe hier Zuckerrohr. Du wolltest ganz zuckersüß sein. Das könnten wir auch mal anpflanzen. Nimm dir das Ding mal und dann irgendwo hinsetzen. Ja, Moment. Ich muss jetzt noch meine Ongel reparieren. Die Ongel. Die Fähler sind auch wieder gewachsen, die ich endlich jetzt nicht habe. Wir haben so viel Nahrung. Wann hast du die jetzt wieder gebastelt? Die haben wir repariert. Ach so. Wo haben wir Zuckerrohr? Eine Nahrungskiste ist die. Unten müsse die sein. Das Monster-Dude. Meines Erachtens muss ich noch holen. Sand. Weil Zuckerrohr wächst besser auf Sand. Richtig. Genau. Ich habe hier doch Kürbissamen. Was machen die denn hier? Die gehören auch da rein. Ja, richtig. Das sollte nicht hier sein. Das kommt hier oben hin. Kugelfisch. Kommt hier rein. Das darf ich nicht zu benutzen. Oder nicht gut zu benutzen. So. Wo pflanzt du die an? Hier hinten. Ah, hier hast du es angepflanzt. Gut. Ja. Holi, drehst du dich mal? Pflanzt ja gar nicht an. Gut. Das wärs mal für diesen Part. Im nächsten Part werden wir so ein bisschen mal über die Sachen reden. Was ist dieses Jahr so passiert mit YouTube? Wie ist es bei uns gelaufen? Und ihr habt jetzt gesehen, wie es sich jetzt gerade entwickelt. Und dann sage ich schon mal einen wunderschönen, schönen Abendmorgen. Oder was auch immer. Danke fürs Zusehen. Und Cheerio. Hoooo. Boa.